Warum wackelst du eigentlich so, Roman? Scheiße, sorry. Dafür ist die Sicherung da. Wie fühlst du dich jetzt als Hängender? Ich fühle mich abgehängt. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben. Ja? Und? Fazit? Fazit, ich bin, ich bin... Track out. Ich bin track out. Okay. Ach, was soll ich machen? Ja, jetzt nur runterkommen. Oder nochmal hoch? Oder nochmal hoch. Nicht aufgeben. Denk dir, du hast eine Firma. Wie heißt die? Track out? Aber Roman, ich bin noch nicht mal zu zweit gekommen. Oh, gut. Das motiviert schon ein. Pass auf, dass du mal richtig in der Seite hoch bist. Siehst du was? Oh, man darf ja auch nicht hängen lassen hier, ne? Kannst du das mal ein bisschen schwecken machen? Ach so. Und ich will da selber mal, weißt du nicht, nicht... Ja, 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 Verzeihung. Habe ich dich ganz übersehen. Jo, super gerne. Siehst du, jetzt weiß ich schon ungefähr, wo der Hase hinläuft. Ja, das ist auch stark. Das ist eine geile Technik. Wie ein Salamander. Das war jetzt gut. Du, Roman, zieh die Strümpfe aus. Oh, hast du Strümpfe aus, ne? Ja. Weil die rutschen nämlich, verdammt. Kraft aufwendig. Im Grunde brauchst du nur ganz schnell dran springen. Wenn du es hast, hast du es. Aber die Tasche, die hält nicht das aus. Ticket to the Moon, wolltest du sagen, ne? Das ist doch Ticket to the Moon. Ohne diesen Seil hätte ich das nicht gemacht. Ja, das ist... Beim Wein nennt man das der Abgang. Bei Ticket to the Moon nennt man das Feeling. Ist das Kraftaufwein? Was denn? Das ist nicht für schwache Leute. Du bist doch nicht schwach. Schwach bin ich. Ich hab's gar nicht geschafft. Ich bin so aus der Puste. Hä, Igor? Ich bin so aus der Puste. Hä? Ja, vielleicht müssen wir doch was runterhägel. Hä? Aber trotzdem schön, hä? Wie schafft ihr das? Na, ich probier's nochmal. Schauen wir mal, das geht. Also ich häng ja bestimmt...